Da sind auf einmal diese Eisstücke. Unendlich viele und tausende von Jahren alt. Sie bringen den Fluss zum Stocken. Die Gletscher geben sie frei und sie bahnen sich zähfließend ihren Weg zum Meer. Ebenso zäh fließt die feurige Masse aus dem Erdinnern den frischen Kraterrand herunter, immer wieder neue Feuerflüsse bildend. Und die Natur, sie faucht dazu. Kurz unter dem Polarkreis, irgendwo zwischen Norwegen und der eisigen Welt Grönlands, da gibt es diese Naturwunder. Und die Insel, die heißt Island. Hier gibt es Lava-Wüsten, kilometerlang, fast unendlich. Die mächtigsten und stärksten Wasserfälle Europas und Gletscher, die so groß sind wie Mittelmeerinseln. Und die Menschen, die hier leben, die lassen auch gerne mal die Elfen tanzen. Und die wissen, sich zu helfen, wenn sie ärgerlich sind. Und wenn du in Island sehr wachst, dann hast du alles auf deinem Hohen. Island, das ist vielleicht das letzte echte Abenteuer Europas. Also eines, was dein Fassungsvermögen schnell übersteigen kann. Hier wird sogar die Fantasie lebendig. Das Auenland. Das ist das Auenland. Und wer friert, der geht einfach baden. 41 Grad. Das ist richtig, richtig heiß. Island, das ist Abenteuer pur. Und für Helga und für mich eine Motorradreise der Extraklasse. Wir sind in Hirzhals. Das ist ganz oben im Norden von Dänemark. Und hier, hier liegt die Fähre nach Island ab. Von hier aus sind es gut 1.500 Kilometer quer durch das Nordmeer. Und du bist dann ganze zweieinhalb Tage auf dem Wasser. Irgendwann geht es dann an den Shetland Inseln vorbei, die weit draußen im Dunst liegen. Und es gibt noch einen kurzen Stopp auf den Fähreer Inseln am Nachmittag des zweiten Tages. Und von dort an gibt es nur noch das Nordmeer bis nach Island. Am Morgen des dritten Tages, da nennen wir uns dann der Ostküste Islands. Die trübe Nebelsuppe, die verzieht sich rasch. Und die Insel mit gerade mal drei Einwohnern pro Quadratkilometer, die strahlt uns Himmelblau entgegen. Sedisfjördür heißt der Fährhafen. Ein Kai, nur für die Fähre. Ein paar Häuser, mehr gibt es hier nicht. Dann endlich rollen wir an Land und unser Abenteuer beginnt. Willkommen zu Island. Oh mein Gott. Das ist geil. Muss ich erst mal ein Foto machen? Islands Natur hat unendlich breite Pforten. Und die machen sich direkt hinter dem Fährhafen für alle Reisenden sperrangelweit auf. Das ist geil. Das ist geil. Bis zum nächsten Mal. Dann wird die Staubpiste auf einmal mit Edelschotter garniert und wie ein Lindwurm schraubt sich der dunkelbraune Weg durch 15 Kehren nach oben. Es ist der erste Bergpass auf dieser Insel für uns, der Helischaidi. Bei 655 Meter, da erreichen wir dann den Bergkamm. Und unter uns, da liegen die schwarzen Strände von Herre Zandür. Die ersten 100 Kilometer auf dieser Insel sind bereits so einzigartig, dass wir unseren Hunger komplett vergessen. Doch der, der meldet sich im nächsten Ort knurrend wieder und wir stürmen das erste Café. Jetzt haben wir gerade die Waffeln bekommen und du hast schon angefangen. Die halbe ist schon weg. Also hör mal, ich habe mich noch erfreut an diesem Anblick und du haust hier schon direkt rein. Wenn du mit dem Auge isst, ist das dein Problem. Ich fand das so köstlich. Das sieht auch köstlich aus. Schokoladensauce. Dieser Lupin gesäumte Weg, der endet in Baka Fjöder. Ein Weiler mit einem Campingground und hier suchen wir uns unsere erste Übernachtung. Und dann kommt Thor, der Platzwart dieser Campingwiesen, auf uns zu. Kein Problem, sagt er. Platz ist genug. Und dann kassiert er bei uns noch 15 Euro für die Nacht. Ach ja, sagt er. Geduscht wird in der Tonhalle. Das ist unsere erste Unterkunft auf Island im Baka Fjöder. Da gibt es nach vorne das Gästhaus und dann haben wir hier diese kleinen Stellplätze, wo wir uns breit machen können. Und irgendwie sind wir gerade ziemlich stolz auf uns. Denn hier im Nordosten Islands gelingt uns unser Campingstart nach 20 Jahren Pause viel besser als erwartet. Sogar mit komplettem Abendmenü. Wenn die Sonne untergeht, dann ist es windstill. Aber wenn die Sonne wieder aufgeht, dann fängt das wieder an mit dem Wind. Und die geht ja hier um 2.35 Uhr auf oder so. Ja, also so richtig dunkel wird es sowieso nicht diese Nacht. Ich bin hellwach, ich habe jetzt noch einen schwarzen Tee getrunken. Ich könnte jetzt die Nacht durchfeiern hier. Die Sonne ist untergegangen und guck mal, wie hell das draußen ist. Es ist, ja, also, ich habe noch eine Augenbinde dabei, wenn du möchtest. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich könnte ja auch einen Puff, weiß nicht, so über den Kopf ziehen, geht auch irgendwie. Guten Morgen. Wie war deine erste Nacht im Zelt? Ganz schön kalt. Also Zeit für einen heißen Tee und für die Streckenplanung heute. Das muss auf jeden Fall eine super schöne... Und jetzt alles so schön an und mal 2.3 A1. Baka Fjordord ist eine Sackgasse. Ab hier kannst du nur zurückfahren, aber dabei etwas ganz Besonderes beginnen. Denn dieser kleine Weiler hier ist der Startpunkt des Arctic Coastways. Das sind 900 Kilometer und die folgen dem 66. Breitengrad, der genau hier das erste Mal isländisches Festland berührt. Wir verpassen einen Abzweig über eine Hochebene und biegen auf die 874 ein. Das ist eine Schotterpiste, die um die Halbinsel Melrakas Letta führt. Die Halbinsel der Polarfüchse. Geradewegs in die Einsamkeit. Hier draußen ist ein arktischer Steinkreis. Es ist die isländische Version von Stonehenge. Derzeit eingehüllt in einen Hochnebel, der vom Meer heranzieht. Eigentlich ist es aber eine riesen Sonnenuhr, die erst ein paar Jahrzehnte alt ist und prächtig funktioniert. Wenn das Wetter mitspielt, dann scheint zur Mittsommernacht am 21. Juni die Sonne hier durch den südlichen Bogen. Das ist jetzt nur noch Waschbrett hier. Das schüttelt uns hier durch. Das ist der absolute Hammer. Jetzt beginnt ein Schlingerkurs durch diese weichen Schotterbetten. Und es heißt locker bleiben. Ich drehe beherzt am Gas und mein Blick scannt ständig die Piste nach festen Fahrrinnen ab. Was ist das? Keine Ahnung. Ist der Ständer runter? Ich muss mal anhalten und gucken, was das ist. Wir atmen durch. Es ist nur der Kettenschutz. Aber der, der ist ganz schön abgefetzt. Die Aluminiumhalterungen, die sind komplett gebrochen. Wenn das Ding in die Relfreifen oder in die Kette oder sonst wo gekommen wäre und das auf dem Schotter schaziert, dann hätten wir doch auch doof ausgesehen, oder? Naja, da hätten wir auf jeden Fall gelegen, ne? Ja. Und das in voller Fahrt. Ja. Und immer dann, wenn uns der Schrecken noch so richtig in die Knochen sitzt, dann machen wir das, was sich bewährt hat. Eine ausgedehnte Kaffeepause. Ich hätte gerne ein Carrot Cake. Carrot? Carrot Cake. Hast du schon sondiert? Ja. Was gibt's da? Homemade. Alles rausgemachte Torte. Es ist eine kleine Auswahl und es ist so viel da. Da freuen wir uns doch drauf. Guck euch das an. Ist das geil. Wuhu. Die Landschaft bleibt karg. Aber eine schwarzbraune Lavasteppe hat mittlerweile die grünen Moosebenen verdrängt. Bis zum Horizont nur staubtrockene Steinwüste. Einzige Abwechslung auf dieser staubigen Piste, das sind die rötlich schimmernden Eisenerzügel. Dann taucht plötzlich wie aus dem Nichts der Yoko Salafiolum auf. Der Gletscherfluss aus den Bergen. Er hat sich in einer 100 Meter tiefen Schlucht versteckt. In dem Yoko Salafiol. Dem Grand Canyon Islands. Und dieser Wasserfall hier ist nur ein Vorgeschmack auf die beiden mächtigsten Wasserfälle Europas. Den Detiphos und den Selfos. Die stromaufwärts in 100 Meter tiefe Schluchten stützen. Jetzt gehen wir zu einem Detiphos runter. Und das ist ganz schön heiß hier. Ich habe auch nicht gedacht. 20 Grad in Deutschland, aus Deutschland. Und es ist das Geröll, das eine starke Erosionskraft hat. Die Schlucht, die wird immer tiefer. Und die Wasserkante wandert. Pro Jahr einen halben Meter. Wir gehen bis an die Fallkante. Sicherung? Fehlanzeige. Wer hier nicht aufpasst, dem ergeht es wie Prometheus. Regilir Scott hat ihn im gleichnamigen Film genau hier in die Tiefe stürzen lassen. Die Natur, das wissen die Isländer, die kann man hier nicht bändigen. Schon gar nicht mit Zeugen. Und deswegen setzen sie auf den gesunden Menschenverstand. Denn der ist bei diesen Naturgewalten hier draußen überlebenswichtig. So, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt einen Campingplatz. Und wir haben einen Laden und wir haben was zu essen. Und wir sind echt total happy, dass wir das jetzt auf die Reihe bekommen haben. Lagebericht. Helga hat alle ihre Sachen an. Ups, jetzt habe ich geklaut. Okay. So sieht das bei uns im Zelt aus gerade. Es gibt noch heißen Tee, damit man hier irgendwie... Es gibt noch heißen Tee, genau. Ich schlafe sogar mit Handschuhen heute Nacht. Du hast nicht gefroren diesmal. Nein. Du hast, glaube ich, auch alles angezogen, was du dabei hattest, ne? Genau. Wir drehen eine Morgenrunde durch die Oase von Nas Brygi. Der Wald ist so schön. Und wir haben so ein Glück, dass das jetzt gerade alles blüht. Die Birkenhäine hier sind voll mit Storchen, Schnabel und Butterblumen. Und das direkt am Rande eines der größten Wüstengebiete Europas. Karges Island. Von wegen. Der Sage nach hat hier das achtbeinige Riesenpferd Sleipnir vom Götterboss Odin bei einem seiner Himmelsritte hier ausgetreten und die Schlucht war geformt. Tja, und ein Elfenpalast, der soll sich hier auch noch verstecken. Und diese Geschichten, die landen hier in Island nicht einfach in den Märchenbüchern, sondern auf Hinweisschildern am Wegesrand. Zeit, das ist das, wovon es in Island genug gibt, sagen die Isländer. Und wir probieren das heute mal aus. Wir lassen uns an der Küste der Tjörnes-Halbinsel so richtig treiben. Unser Rundflug am Nachmittag über die Vulkane, der ist noch in weiter Ferne. Und ständig an unserer Seite heute ist das türkisblaue Nordmeer. Im Untergrund ist es jedoch nicht ganz so idyllisch, denn hier verläuft der mittelatlantische Rücken, eine mächtige gespaltene Erdplatte, die so langsam gen Norden wandert, von Erdstößen begleitet. Doch heute ist alles ruhig. Die Erdplatte macht eine Pause. Die vergessene Zeit, sie kommt natürlich wieder. Und dann drängt sie uns. Wir fallen in alte Muster zurück, lassen uns hetzen und geben kräftig Gas. Und das war richtig dumm. So, jetzt kommt die Polizei. Wie viele haben wir denn gehabt? 100. Hi, hello. Hi. Ja, Englisch, yes, please. Yes, of course. Wir haben ein Radar von vorne, sagt er uns. Und statt den erlaubten 90 kmh waren sie mit 110 unterwegs. Really? Oh my God. Es ist okay, sagt er. Kein Thema. Aber es kostet etwas. Okay. Und zwar 50.000 isländische Kronen. Wenn wir aber direkt zahlen, dann kann er uns noch 25 Prozent Nachlass geben. Wenn du es jetzt bezahlst. Now, directly? Ja, genau, sagt er. In ihrem Interesse. Und natürlich kann ich auch mit Karte zahlen. So, I hope it was the last time to get in contact with you. Und dann rechnen wir die Summe um. 37.500 ISK in Euro. 250 Euro. Das ist nicht wahr. Oh! No. Ja. Nein, wir hätten trotzdem das Speed Limit einhalten müssen. Nein, natürlich hätten wir das. Oh, das nervt mich jetzt aber. Dann verpassen wir den Flieger jetzt wahrscheinlich auch noch. Und dann war es das. Dann ärgere ich mich. Und dann schaffen wir es, sprichwörtlich auf den letzten Drücker. Einer, unser Pilot, der steht schon wartend auf dem Rollfeld. Wir heben endlich ab. Und mein Magen, der verkrampft sich etwas. Bleib entspannt. Bestes Flugwetter heute, sagt einer zu mir. Und dann folgt eine kurze Schleife über den Mühwatten, den Mückensee. Und wir nehmen Kurs direkt auf das Hochland, zu Askia. Immer wieder ragen muffinähnliche Berge mit einem schneeweißen Zuckergusshof. So stelle ich mir den Mond vor. Und nicht nur wir. Die NASA, die hatte ihre Crew trainiert, bevor die Apollo ihren ersten Flug zum Mond antrat. Dann erreichen wir die Askia. Das größte Vulkansystem der Insel. Soweit das Auge reicht, Vulkane. Und dazwischen die Gletscherzungen des Watnayoko. Askia hat eine bewegte Geschichte von gewaltigen Eruptionen hinter sich. Der letzte Ausbruch, der fand 1961 statt. An der Askia, da hat sich das Land in den letzten Jahren um einige Zentimeter angehoben, sagt uns einer per Funk. Gut möglich, dass sich die Magmakammern in den Vulkanwurzeln langsam wieder füllen. Verboten von Eruptionen, die gibt es ständig, sagt er uns. Alles wird hier überwacht. Nur, wann es wieder so weit ist, keiner weiß es. Wir werden sehen, sagt er noch. Tisch ergattert. Das ist wirklich der letzte hier draußen. Und das ist ein total schönes, kleines Restaurant. Wir sind direkt am Hafen in Mousavik. Und wir haben richtig mächtig Hunger. Gamli Bakur. Gamli Bakur, ja. Zum Wohle. Wir haben es verdient heute. Und hier am Hafen in diesem kleinen Fischerort, da schauen wir bei 20 Grad in der Abendsonne auf die schneebedeckten Berge des Wohle. Das ist südländisches Flair vor arktischer Kulisse. Und diese milden Sommer hier oben im Norden sind wieder einmal dem Golfstrom zu verdanken. Okay, das muss jetzt hier auf der anderen Seite sein, sagt er. Der Laden heißt Grima. Grima, da ist er doch. Der nächste Morgen, der zieht mich an den Stadtrand von Husavik. Hier liegen die Marineworkshops, wo die Fischtrawler gewartet werden. Und ich suche jemanden, der mir den Kettenschutz schweißen kann. Grimur. Und ohne dieses Alutau überbewerten zu wollen, einfach wegschmeißen, das kann ich dann auch nicht. I have a problem with my chain protection. Maybe you have an idea. Und ich finde Hermann. Everything is crazy here. No, it looks like work. Ein junger Bursche, der sich gerne für meinen Kettenschutz von seiner Arbeit ablenken lässt. This one is broken because we lost it. We can put something else there. Yes, okay. I can use put the plates. Und ich erzähle diese kleine Episode vom Rande unserer Reise deshalb so gerne, weil Hermann sich diesem Alu-Teil so intensiv widmet, als wäre es das wichtigste Teil eines Schiffsmotors. Dann erzählt er mir von den großen Fischfangflotten in der Coreri. The big trollers who can take all of from 200 tons of fish in one round. 200 tons? Yeah, and up to 1100 tons. Wow. Und irgendwann, da erzählt er mir noch, will er auf diesen großen Schiffen als Ingenieur erneuern. And to be an Ingenieur there, you have to go through your sailing time and the school and everything. And when you are there, like the, like Ingenieur number one, there are usually two Ingenieurs, you are getting very good money. Dann zieht er die letzte Schraube an und alles ist wieder dran. Ich bedanke mich herzlich bei ihm, lege noch ein fettes Trinkgeld oben auf und bin mir sicher, dass Hermann seinen Platz auf dem Nordmeer finden wird. Wie gerade haben wir denn? 20 zeigt er an. Mein Gott. Wir biegen auf die Ringstraße ein. Das ist der geteerte Sicherheitsanker durch dieses Abenteuerland. Und irgendwann, so heißt es, kommt jeder zu dieser Straße Nummer eins zurück. Mit 1332 Kilometern umspannt die Ringstraße die gesamte Insel und sie ist gespickt mit Naturdiamanten. Und einer davon, das ist der Godafoss, der Wasserfall der Götter. Wenn jetzt die Sonne noch scheint und wir hätten bei dem Godafoss einen Regenbogen, dann wäre es so cool, ne? Der Skjall van der Fjord, der zitternde Fluss. Wenn er hier ankommt, da hat er schon über 100 Kilometer hinter sich und noch gut 80 vor sich. Er ist der viertgrößte Fluss Islands und er kommt geradewegs vom Gletscher Vatnajök. Für den göttlichen Namen dieses Wasserfalls waren aber diesmal keiner von Odins Leuten verantwortlich, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der Gesetzessprecher Thorgai Thorgetson. Er hatte hier vor gut 1000 Jahren für die Einführung des Christentums gestimmt und genau an diesem Wasserfall seine alten Götter und Götzenbilder in die Fluten geworfen. Dann der Regenbogen. Und es scheint so, als ob sich die Götter hier haben nicht vertreiben lassen. Der Fjord von Akureiri. Unglaublich schön. Akureiri. Das ist die Hauptstadt des Nordens, wie sie auch heißt. Und das arktische Gegenstück zu Reykjavik. Und mit 20.000 Einwohnern die größte Stadt des Nordens. Es ist die Stadt der Herzen. Und die gibt es hier sogar auf den Ampeln. Eigentlich waren diese Herzen während der Finanzkrise als Trost gedacht. Doch dann blieben sie und sind heute so eine Art Markenzeichen der Stadt geworden. Helga nimmt sich heute Zeit für ein bisschen urbanes Leben. Während ich nochmals aufbreche. 11.13 Uhr, jetzt müsste ich eigentlich nochmal den Tageszähler zurückstellen. So, auf Null. Mein Ziel ist das Camp Laugafell, mitten im Hochland. Der Hund flog gestern, der hat es mir angetan. Und ich muss da nochmal hin. Mitten hinein in das Fernab von allem. Der kleine Feldweg ist die 821. Und der führt mitten durch das Eyjafjadaratal. Und nach zwei Mini-Pforten wird diese kleine Piste zu einer F-Straße. Ab hier geht es nur noch mit Allradfahrzeugen oder Enduros weiter. Dieses Schild, das ist der Hinweis darauf, dass ab sofort hier nur noch 4-Wheel-Drives oder eben Motorräder mit Duro-Reifen fahren dürfen. Alles andere ist hier verboten. Vor allen Dingen die Mietautos, die dürfen hier nicht langfahren. Und dann versperrt mir eine große Eisenkette den Weg. Und auf dem Schild steht, versperrt wegen Tauwetter. Hier endet mein Hochlandausflug unfremmelig. Das Schmelzwasser hat das gesamte Tal geflutet. Auch wenn es von hier passierbar ausschaut, die isländischen Behörden hängen nur dann Bahnschilder auf, wenn es wirklich was zu warnen gibt. Ich gebe so schnell nicht auf und versuche mein Glück weiter oben im Osten, im Badadalur-Tal. Dass ich aber von dort aus auch nicht ins Hochland komme, das liegt einzig und allein am Ardeia-Voss und seinen ockerfarbenen Basaltsäulen. Tja, und dann stehe ich wie so ein Abenteurer am Rande der Welt, lasse meine Drohne kreisen und vergesse die Zeit mal wieder. So, jetzt sind wir in Dahlvik und jetzt müssen wir nur noch den Fähranleger finden. Aber das dürfte wohl bei dieser Größe dieses Ortes hier echt kein Problem sein. Einfach dem Fischgeruch nach. Ah, du hast die feinere Nase von uns. In Dahlvik legt die Fähre zur kleinen Insel Grimsee ab. Doch mal soeben rüberfahren ist das aber nicht. Das sind immerhin drei Stunden Richtung Norden. Und es ist eine Reise ans Ende der zivilisierten Welt. Wer nach Grimsee fährt, der sucht dort den nördlichen Polarkreis, der hier auf die Insel trifft, und Papageientaucher. Es soll ein Puffinparadies sein. Und die Seeluft hier draußen, die hat heute so richtig Biss. Denn der Wind, der kommt direkt vom Nordpol rüber. Sandvik heißt dieser kleine Ort rund um den Hafen. Und im Sommer, da triffst du hier gut 100 Menschen, die hier wohnen. Im Winter nur die Hälfte. Der Fischfang ist natürliche Lebensquelle für alle. Jetzt wird gerade der Fang gelöscht. 750 Kilo Kabeljau, Schellfisch, Steinbeißer, alles dabei. Das bringt gut 260.000 isländische Kronen. Und mein Fisherman's Friend, der ist zufrieden mit dem Tag auf See. Big fish. Yeah. Can I take a picture from the pictures? Yeah. Okay. Very good, thank you. Wir machen uns auf den Weg. 3,7 Kilometer sind es bis zum Polarkreis. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja unterwegs auch die Papageientaucher. Und das ist der Polarkreis. Was siehst du? Äh, Meer. Ah. Okay. Diese Kugel, die markiert den Polarkreis. Und hier trennt sich der Atlantische Ozean und geht über in die Arktische See. Und wenn man einmal in diese Richtung geradeaus fährt, dann kommt man irgendwann in die Arktis. Wie viele Jahre jagst du jetzt schon vor Fins? Ja, 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 dann endlich hab ich Papageientaucher. Und das hier in einer richtig großen Kolonie. Und so nah hat sich gelogen. Doch diese niedlichen kleinen tapsigen Vögel, die haben auch Nachbarn. Und das sind Killerschwalben. Und die, die schrecken vor nichts zurück. Das sind die Seeschwalben, die attackieren einen, wo wir hier auf festem Wege sind. Gehen wir aber gerade durch die Brutplätze von denen. Und das finden die gar nicht so lustig. Und reagieren entsprechend aggressiv. Komm her du, ich mach dich fertig. Was wir uns da jetzt natürlich verdient haben, ist unser Polarkreis-Zertifikat. Das holen wir uns nämlich jetzt ab. Das Zertifikat, das bekommen wir von Sigridur, der Inhaberin des kleinen Verkaufsshops unten am Hafen. Und unsere Freude über die Papageientaucher will sie dann aber doch nicht so teilen. Die zigfachen Brutplätze, diese kleinen Höhlen an der Küste, die sorgen dafür, dass diese Steilküste erodiert. Grimsee verliert also auf diese Weise jedes Jahr einige Zentimeter Land. Jetzt haben wir unser Zertifikat und jetzt sind wir amtlich bestätigte Artig-Reisende. Und dann geht es wieder zurück von der ganz kleinen Insel auf die große Insel. Zusammen mit dem Fisch, der heute gefangen wurde. So, jetzt haben wir 8 Uhr abends und jetzt sind wir wieder an Land. Und wieder zurück bei unserem Motorrad. Und es ist noch alles dran und drauf. Schaut gut aus. Das ist jetzt der erste Regentag, der erste wirkliche Regentag, den wir hier auf Island haben. Wobei, das ist jetzt hier gerade wieder alles weggezogen. Da hinten die Berge, die sind noch so richtig schön in den Wolken. Und hier vorne, da klart es langsam schon wieder auf. Das ist eine gute Sache. Denn heute soll es Richtung Westfjorde gehen. Sind wir denn startklar? Wir sind startklar. Dann kannst losgehen. Ja. Je weiter wir nach Westen kommen, umso mehr bestimmen heute die Trolle das Wetter. Und wir fahren mitten hinein in ein dickes, fettes Regenband. Und zu allem Überfluss meinen es heute auch noch die isländischen Straßenbaubehörden so richtig gut mit uns. Er kippt jetzt direkt auf die Fahrbahn. Das muss aber nicht sein jetzt. Oh mein Gott. Oh, da sind sauerte Fahrbahnen. Oh mein Gott. Danke, dass du stoppst. Ja, das ist all the way? Genau, sagt er. Okay. So matschig bleibt es die nächsten 20 Kilometer noch. Und dann kommen noch die Schlaglöcher dazu. Und deswegen schmeißt er diesen Matsch da drauf, damit es einigermaßen sauber bleibt. Naja. Und dann wünscht er uns noch von seinem Thron herunter eine gute Fahrt. Und wir sollen aufpassen. Und kurze Zeit später, da haben wir wieder Asphalt unter den Rädern. Und der Wind, der fängt langsam an, Löcher in die Wolken zu drücken. Das war eine Böe, war das? Und dann, nur ein paar Kilometer weiter, als wir auf die Wattensnäs-Halbinsel abbiegen, da hat sich der Wind endgültig durchgesetzt. Es ist die letzte Halbinsel auf der Ost-West-Route des Arctic Coastways, die gerne mal übersehen wird, weil sie so unscheinbar und entspannt am Rande der Ringstraße liegt. Hier gibt es keine riesigen Wasserfälle. Dafür aber eine einsame Küstenlinie mit einer herrlichen rotbraunen Schotterpiste, ein paar Seelöwen, die aber heute schwimmen sind, und die kleinen Dinge am Rande. Oh, wie geil ist das? Da fährt man so direkt in so eine Erdspalse rein, guck mal. Ja, wie geil ist das? Entschuldigung, ich bin so schlicht. Ja, ich hab dir gerade gedacht, hier fällt jetzt aber auch nichts mehr ein. Nein, mir fällt gar nichts mehr ein, genau, außer wie geil ist das? 1960 war die Eislinie hier. Da hinten dampft es noch und hier ist es schon ein Stückchen erkaltet. Du hast die Hintertür aufgelassen, jetzt ziehst du es natürlich. Bis zum nächsten Mal. Dicen Galgen. Vielen Dank.